Willkommen meine Lieben, ich hoffe euch geht es gut. Wie hat euch eigentlich die erste Folge unserer virtuellen WG gefallen? Wir freuen uns immer total über euer Feedback, also schreibt weiterhin so fleißig in die Kommentare. Aber jetzt mal zu etwas ganz anderem. Kaum vorstellbar, aber es gab mal eine Zeit vor Corona. Und da hat sich mein lieber Kollege Shinedu mit Jeppe, Luke, Marc und Alex aus der Amsterdam WG getroffen. Ruben konnte leider nicht mit dabei sein, denn der musste fürs Abi lernen. Ruben, I feel you. Auf jeden Fall hat sich Shinedu was ganz Besonderes für die vier ausgedacht und zwar eine What's in the Box Challenge. Aber seht selbst. Hi Leute, was geht ab? Ich habe mir hier wieder ein paar Jungs aus der Jungswege geschnappt und zwar den Marc, den Luke, den Alex und den Jeppe. Und habe mir gedacht, wir spielen heute mal ein schönes Spiel und zwar What's in the Box. Ja, hat das schon mal einer von euch gespielt? Nee, einer nicht. Aber ich habe richtig Bock drauf. Okay, alles klar. Also ich muss sagen, ihr habt das Spiel auch noch nicht gespielt. Die Spielregeln sind aber total easy. Und zwar, ich lege hier irgendwas in die Box rein. Ich habe mir da ein paar fiese Sachen überlegt. Oh. Und als Highlight bekommt ihr natürlich eine wunderschöne Brille auf. Boah. Die sieht schick aus. Die sieht schick aus. Das ist der Modus. Und ja, also eigentlich total easy. Ich würde sagen, lass uns direkt anfangen. Let's go. So, ich habe hier die erste Sache. Ich will keine Tipps geben, deswegen sage ich hier noch nicht zu viel. Sieht aber lecker aus. Wir fangen übrigens an mit Jeppe. So, mein Lieber. Ich bin ready. Wo muss ich? Let's go. Dann bin ich mal gespannt. Ey, das fühlt sich an wie Nudeln. Also wenn ich dir eins sagen darf, ich weiß nicht, ob es lebt, was da drin ist. Das ist knipschig. Also sei vielleicht ein bisschen vorsichtig, wie du es anfasst, weil, ja, du könntest vielleicht da was drin wehtun oder so. Also drück nicht zu fest dazu. Da krabbelt schon eine. Ich will nichts sagen. Ich will keine Tipps hier geben. Ey, sind das Nudeln? Also man sollte es vielleicht nicht essen so wie Nudeln. Drück vielleicht nicht zu fest dazu, sonst tötest du das ein oder andere vielleicht. Ja, hör mal auf, Angst zu machen. Ey, ich weiß nicht. Nudeln? Nein. Nein. Immer noch keine Nudeln. Hat sich nicht geändert. Das sind keine Würmer, oder? Sag nein. Erinnerst du mich auch an die Mahnen daneben? Das ist... Aber diese Wälen über war so klein. Ich will das mal auflösen. Ja, bitte. Du darfst die Brille abziehen und ich zeig's dir einfach mal. Hä? Was? Oh mein Gott, ich dachte wirklich, dass das eine echte. Sieh mal wirklich so aus, ne? Jetzt ist der Alex dran. Ich hab hier das nächste Produkt. Ich würd es jetzt einfach mal auf unseren wundervollen Teller hier packen. Warum machst du so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gewöhn dich. Komm, komm. Ich will nicht. Steck rein. Oh mein Gott. Nicht, dass deine Hände da dran irgendwie kleben bleiben oder so. Fass mal richtig rein. Richtig kneten. Richtig kneten. Mit den Händen rein. Boah. Das ist dieser Schleim. Dieser Klipper. Weißt du? Ja. Und warte. Safe place noch. Grün. Nein. Kannst du die Brille abziehen? Hol den Teller einmal nach vorne oder pack es raus. Oh. Ich hab mich zuerst richtig erschrocken gegen diesen. Ey. Das ist so eklig. Bah. Bah. Bah, bah, bah. Oh. Also ich würd sagen, ein Punkt geht auf jeden Fall an Alex. Alex wird's ganz eindeutig erraten. Ihr könnt's dir mal in die Kommentare schreiben. Ihr findet, wie Alex sich hier geschlagen hat. Ja. So. Der Luke hat die wunderschöne Brille auf. Und ich habe jetzt hier... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich soll's aber gar nicht beschreiben. Das soll ja unser Luke hier ganz hervorragend meistern. Äh. Äh. Boah. Also ich muss sagen, es fühlt sich auch richtig weird an. Also das ist echt... Äh. Hat man nur einen Versuch zum Raten? Ja, doch. Hardcore. Ein Versuch nur. Ein Versuch? Ist das, ist das, äh... Äh... Pack mal richtig rein, Junge. Ist das so, was man oft findet im Alltag? Nein. Nein. Würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall braun. Also ich glaub, du kannst dich schon vorstellen, was es ist. Nein. Nicht von deinen Händen. Nein. Nein. Ne, dafür ist die Konsistenz... Hä? Ja. Hast du mal ausprobiert oder was? Nein, nein, aber wie das aussieht so, das ist ja weich und also... Also du hast jetzt einen Versuch, ansonsten, ähm, würde ich auflösen, oder? Äh, ich hätte eigentlich gesagt, das ist Erde. Erde? Nee. Ja, nah dran, aber knapp daneben ist auch vorbei, also... Es ist... Sand. Ja, knete Sand. Ich wollte erst Sand sagen. Kein Punkt an Luke. Ähm, aber wie sieht's eigentlich für euch aus? Ich mein, die WG ist jetzt lange her. Habt ihr irgendwas Neues da? Eine Freundin, oder? Oh. Weiß was da passiert ist bei euch? Mädels? Habt ihr eine Freundin? Also, äh... Also ich, äh, muss mit dem Mikro näher halten, oder? Ich, ich habe keine Freundin, ja. Das hat sie nicht geändert. Das hat sie nicht geändert. Hat sie nicht geändert. Als nächstes ist Marc dran. Der Trip ist da. Ich zeig euch da mal, was ich hier habe. Boah. Ich hab äh, bisschen Angst, dass ich jetzt hier äh, gleich sterbe, oder so. Aber... Greif wirklich vorsichtig ein und sei, sei lieb. Jetzt hab ich Angst. Ja, also... Sonst kriegst du was Böses. Du darfst vielleicht auch streicheln? Was? Ja. Aber ich will keinen Tipp geben, ne? Aber... Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hä? Oh, sie ist ganz lieb heute. Äh... Pass auf! Pass auf! Nicht so... Nicht so böse! Ah, pass auf! Oh, oh, ich hab ihren Mund. Ach! Äh, äh... Was ist es? Es ist ne Schlange. Was? Das ging schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, das wäre es. Also... So, wir sind jetzt hier in Lukes Badezimmer. Ich hab den Jungs gesagt, ich muss ganz kurz ins Badezimmer. Die ist natürlich neu. Aber... Der Jeppe soll schön denken, dass sie benutzt ist. Soll ja auch alle schön glaubwürdig sein, ne? Aber... Also daran denken, sie ist natürlich nicht benutzt. Du dürftest dann, Jeppe. Oh. Mein Lieber. Oh, Digga. Nein. Nein. Aber du weißt direkt, was es ist, glaub ich. Safe, das ist ne Toilettenbürste, ne? Hier, Digga. Das war ja so, ja! Nicht an mich! Hör mal auf! Ich hab gehört ja, Alex, der ist ja so... Der liebt es ja irgendwie. Der ist ja total eitel, was seine Haare angeht. Nur mit Haaren, Alter! Oh, ich hätte die Haare dann nutzen müssen! Nein, nein, nein. Also wenn es um seine Haare geht, dann hört er Spaß auf. Dann hört er Spaß auf, oder? Dann hört er Spaß auf, oder? Bei dir auch? Ja! So. Ja, dann würde ich das mal hier in den Cutout einführen. Einführen? Ja, aber bevor du reingreifst, Jungs, was gibt's da eigentlich so bei euch Neues gerade? Ich hab gesehen, bei dir das stimmt, du warst irgendwas mit einer Schauspielschule. Ja, genau. Also ich hab meine Schauspielausbildung in Hamburg abgebrochen. Okay. Genau, weil ich auf einer Hochschule in Berlin angenommen worden bin. Ja, geil! Herzlichen Glückwunsch! Wuhu! 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 Ich wurde auf der Hochschule in Berlin angenommen und das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt für mich. Also ich zieh mit 18 Jahren nach Berlin alleine. Krass! Digga, viel Glück! Und dann erstmal ein vierjähriges Studium. Au, krass! Und dann nach Hollywood! Dann sehen wir dich irgendwo im Kino, oder? Dann sehen wir dich in Hollywood! Ach, stimmt. Eine Rede kurzer Sinn, Brille auf, Hand rein und let's go! Ab geht der Hase! Ich hab so Angst! Warte, 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 warte. Ist das ein Flummi? Ein Flummi? Nee. Hä? Was ist das? Also es ist alles andere als ein Flummi, aber... Ist das? Warte mal. Also das ist so glipschig. So möchte gern. Du darfst es auch wenn du magst, darfst du es mal in den Mund nehmen. Oh, bitte. Warte mal, das sind diese Dingsaugen, das sind diese Augen. Ich schwöre, das sind diese Gummiaugen. Oh! Ja! Ja! Ich mag es voll gerne. Echt? Echt? Das ist echt lecker. So! Ich würd sagen, das Nächste, damit du es erraten kannst, musst du einmal feste reingreifen, okay? Du darfst nicht erstmal langsam fühlen, du musst feste reingreifen. Du musst direkt richtig reingreifen da, okay? Scheiße! Weil sonst kann man das gar nicht erraten. Du musst jetzt also richtig reingreifen. So feste du kannst. So feste du kannst. So feste du kannst. Äh! Warte! Was ist das denn? Was ist das denn? Wie geht's? Das klebt so an meine Hände. Oh mein Gott. Alter! Wah! Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Das hätten wir in der WG richtig gebrauchen können. Das hätten wir in der WG richtig gebrauchen können. Bei den richtig heißen Tagen. Ja. Also ist das was Kaltes oder was? Was? Ja, also ist das kalt oder? Es ist kein Eis. Hä? Hä? Oh, lecker! Wie geht das? Das kann man ja auseinander ziehen. Hä? Was macht das? Was macht das? Was macht das denn? Ja, ich mach das mal runter. Zehn! Nein, ich weiß es nicht. Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Neu! Keine Ahnung, Alter! Da wo kann man einfach anfangen? Da wo kann man einfach anfangen? Dam 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 dam! Fliegenfänger! Das war zu spät, also! Die Zeit ist abgelaufen! Ähm, du hast es nicht erraten? Ja, das ist so eklig! Das ist super! Das ist dann rausnehmen! Und wir machen weiter! Äh! Was ist das? Oh! Der letzte ist jetzt Marc! Ich hab hier was Schönes zubereitet extra für ihn! Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben! Und ähm, ja, ich denke schon, dass Marc das auf keinen Fall erraten wird! Hä, was? Hä? Ich bin mal richtig mit rum, Mensch! Das ziehst du doch gar nicht raus hier! Hä? Da gibt's viel anzupacken! Hä? Was ist das denn? Oh! Hä? Hä? Sind das so... Warte mal ganz kurz! Was ist das denn? Hä, das weißt du doch! Das ist eine Spinne? Ja! Das ist eine Biene oder eine Fliege? Du musst jetzt nicht einzelne Sachen erraten! Okay, das ist so, keine Ahnung, Gras mit Insekten... So ein Kunstgras halt! Man kann ja nicht so ein echtes Grasheld reinlegen! Ja klar! Trotzdem! Marc hat es erwarten, du darfst deine Brille abziehen! So, Jungs! War ein geiles Spiel! Auf jeden Fall! Auswertung! Hat Bock gemacht! War geil! So, Freunde! Das war's jetzt mit unserer What's in my Box Challenge hier! Ich würd' sagen, Marc und Alex haben sich auf jeden Fall am besten geschlagen! Sehr gut! Luke und Jeppe! Tut mir leid, aber... Egal! Gewinner der Herzen! Und ja, ich würd' sagen, like das Video, kommentiert, abonniert den Kanal! Und ganz wichtig, damit ihr immer up to date bleibt, aktiviert die Glocke! Bis dann, macht's gut! Ciao, ciao! Ciao, ciao!